Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Mit dabei Danksa und klar war wieder. Hallo. Die bis gerade eben GTA gespielt haben. Das ist eine Lüge. Wir haben Farmville gezockt. Gar keine Beweise, dass wir GTA gespielt haben. Achso, ich habe gedacht, du spielst aus Moon. Nein, nein, ich habe Minekraft gespielt. Weißt du, achso. Oh, okay. Ja, klar war mit Solidar beschäftigt. Ja, klar war mit Solidar beschäftigt. Meinst du lieber, Junge? Ich habe das heute nicht verstanden. Nicht? Nein, das ist schlecht. Noch daran liegen, dass ich das nie gespielt habe. Ja, dafür bist du zu jung. Was denn? Ich bin im Schulunterricht immer. Hey, das war geil. Oder Bomberman. Alter, Bomberman 74. Bomberman war geil. Da spielen die immer im Irak. Das ist gemein. Willst du wieder das Rauspiepen wechseln? Nee. Achso, da piepst du nicht raus. Okay. Alles klar. Hab ich auch verstanden. Ja, ich habe dein spezielles Wort schon rausgepiept gehabt. Oh, ich kann ja auch viel Aufnahmen besuchen, wenn du willst, ey. Alter, kommt ja nur die, 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 die. Oh, egal. Achso, aber einfach. Kannst du meine Videos noch nicht bearbeiten, ey. Wieder schlechten Quali jedes Mal. Boah. Kannst du so nicht sagen? So, kann ich wohl. Nee. So, kann ich? Nee. Hab ich aber getan, und jetzt? Du musst dir mal richtig Kopfhörer besorgen. Nee. So war es mir nicht, ey. Mein Headset, äh, meine Kopfhörer haben 80 Euro gekostet. Die mal runter ist jetzt für 120, ey. Hm. Nicht grad viel. Äh, ich hab richtiges Gaming-Headset. Lass mich in Ruhe, ey. Weil. Du musst ein Mikrofon nicht nimmst. Wo du das Mikrofon dann nicht nimmst. Also, nur zum Hören Gaming-Headset, nicht zum Quatschen, ey. Aber wenn es ein Gaming-Headset ist? Ich hab zum Beispiel meine Handy-Kopfhörer drin. Ja, das kann ich schon in einigen Aufnahmen bei dir sehen. Ja, außerdem dieses... Ich möchte ja bloß... Ich möchte ja bloß mal Alien erwähnen, ne? Ja. Achso, ja, gut. Das sind Klaus deine Dinge, oder? Weiß ich schon nicht. Achso, alles klar. Kommt übrigens im Herbst wieder. Was? Alien. Ja, das ist... Kommt jetzt ein Film raus, ne? Alien Covenant. Ja. Ich bin zu Klaus gesagt, muss mit Flammen werfen ins Kino gehen, ey. Klar, aber wenn ich mich recht erinnere, hast du voriges Jahr schon gesagt, es kommt im August, was? Weiß nicht, was du meinst. Ja, ja. Jetzt rausdrehen, ich weiß. Endlich, ey. Ja, das hat ja ziemlich ganz sauer gedauert. Uh, da nennt sich einer tot. Ist man ein bisschen auf dem Russen-Server, oder was? Was? Auf dem Russen-Server, oder was? Ne, Polen. Oh, mach schon. Deswegen sieht dieser mitgenommen aus. Ja, wenn bei dir dead steht, dann ist er bei Zeiten tot. Klar, mach bereit. Ach, lol. Du bist nicht bereit, ich sehe. Erstmal Items mitnehmen, ey. Du siehst mal, hätte ich auch noch ein paar. Stimmt. Jetzt, wo du's sagst. Ich werd mal nen grauen Aktenkoffer hier mitnehmen. Einen Aktenkoffer? Alles klar. Naja, mit so nem Medizinzeichen oben. Sag einfach mal, willkommen aufs McMillan-Anwesen. Weil du sowas reingenommen hast, wa? Vielleicht. Oder vielleicht kommen wir ja auch zur, äh, 9. Ich hab ne zwei Tage ein Dead-Bedded mehr gespielt. Wie müssen wir das nochmal? Sein zweiter. Oh mein Gott. Die Welt geht unter. Das sind 72, das sind 48 Stunden, ey. Ich hab wieder die Facts raus, ne? Das ist unglaublich. Alter. Klar, weil ich wär da nicht drauf gekommen, ey. Danke, dass du mir jetzt nachsehen. Sehr schön. Was waren das für Facts? Nennt mich auch klar, aber die Auskunft. Ja, dass zwei Tage zu viel, äh, 48 Stunden sind. Alter, die richtige, ne laufende Uhr, ne klar, ey. Ding Dong. Was man vielleicht auch mal erklären sollte, die, ähm, die Totenköpfe da am Ladebildschirm stehen für die viel Überlebenden. Und der Strich, der durch die, all der durchgeht, ist der Killer. Ja, das hast du unten rechts genauso, wenn du auf Breit gehst. Das ist ne Lüge. Achso. Das ist ne Lüge. Krumschlacht. Krumschlacht. Guck mal, warum ist man Tee so laut, ey? Warum ist Tee so laut, ey? Man sollte eher fragen, warum ist der ein Stuhl so laut? Alter, der braucht halt Öl, ey. Am Pferd kann's nicht liegen, da ist ganz dran. Das ist die Eintenschwester. Ja, ich seh's. Ich seh dich. Die kommt hinten zum Keller, falls der da ist. Hi. Bodyblock, Bodyblock. Ja, ich merk schon, hier. Bodyblock. Ach, scheiße. Das blockt der Michelle, ich wollte nicht doch blocken. Das müsste ich echt mal machen, vor dir irgendwo in eine Palette runterziehen und der Killer kriegt dich. Pass auf, ey. Hinter dir ist die, hinter dir ist die. Fun Fact, das hat Kevin schon mal gemacht. Ach. Das dreckige Schwein. Ich geh da hin, zu dem Automaten. Oh, das ist tot. Automaten. Naja. Das Next, oder was? Ja, mein Süßigkeit. Nee, das ist so ein Spielautomat, alter. So, ne. Die Gewinner, ey. 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 Gibt vielleicht ein Kawa raus. Oder der ist dann wirklich der erste, der Stürmer, ey. So einfach, wie das ist. Ausgesache, aber nur da ist. Wohl, da ist einer runter. Alle, da hinten tausend, ich mache den Punkt, der hier hol ich mir jetzt. Wo ist denn vom Brüner? Ja. Als ob du nicht gesehen hast, du blöd ist fort? Ne, komme ich hin. Ich wollte gerade sagen, habe ich den Spunboost? Komme ich da hoch? Alter, als ob. Ich gehe davon aus, dass sie geflüstert hat. Was war denn das jetzt bitte? Das ist eine gute Runde, würde ich sagen. Ja, ne, wenn man campen kann, dann ist das auf jeden Fall eine gute Runde. Diese dreckige, maulene Myrte, ne. Ja, komm her, zarte. Ich ramme dir das Messer in den Rücken. Oder auch nicht. Ey, der Typ ist ja wirklich dead, ey. Wechseln, ey. Du wirst hellseher, ey. Ja, ich hätte einen Beruf wechseln sollen. Ey, wie kann man als Krankenschwester all seiner Griff haben? Sowas finde ich armselig. Ja, die war nicht mal da. Sind halt richtig starke Frauen denn, ey. Alter, die ist auf einmal von der Treppe aus gesprungen zum Haken. Richtig edel. Immer noch da unten, ne? Nö, nö, die ist oben. Alexander, da werde ich es mal wieder gut machen, weil ich dich mal aus Versehen natürlich gekillt habe. Obwohl es ist schon verlappt. Hier oben ist eine Kiste, ne? Aber du kannst froh sein, dass ich einen Gegenstand habe, ey. Keine Quest, ey. Du musst mal ein kleines Reis-Section. Lauf! Hier! Schon kommst du wieder! Finde ich armselig. Fuck, hier gibt's nur einen Ausgang. Alter, Bow-Timing. Geh weg, ey. Geh weg, ey. Weg hier. Warum geht's dir nicht lang? Ich will doch richtig Spaß reden. Aua! Alles klar. Alles klar. Geh alleine auf, aber ich sprich jetzt mal weg. Ja! Sicherlich! Die konnte mich jetzt niemals finden. Die kommt zu dir. Ja, natürlich ist hier ein Haken. Jetzt geht's dir wieder zu Klaver. Was? Ja. Pass auf, pass auf! Also das ist nämlich eindeutig Camping, weil ich habe genau gesehen, dass die in deine Richtung geguckt hat wieder. Ah! Aua! Ah! 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 Ich würde am liebsten mal was anderes machen. mit den Typen, die so geschissen spielen. Armsi, regefotze. Ja, das war. Das ist so, so. Das ist nichts. Nichts anderes. Das ist einfach nur ein Mensch zweiter Klasse, der sowas macht, ey. Das reicht nicht. Ja, ich weiß. Das würde ich auch nicht übertreiben. Weil 100 Pro, wo Klaver mich runtergeholt hat vom Haken, hat die 100%ig auch so weit entfernt gestanden, dass die nur darauf gewartet hat, dass er mich vom Haken holt. Aber was ist das denn jetzt? Die Alte hat Pirscher, Eiserner Griff, Schattengeborener und Stridor. Kein Ruf der Krankenschwester. Also verstehe ich nicht, wie die Alte mich dann gefunden hat. Ich habe mich noch nicht mal geheilt. Das ist mir zu hoch. Bei Klaver pocht's. Ich sehe die Alte. Na ja, Klaver, brauchst du nicht verstecken, die Alpirscher. Na ja, ich weiß. Ich gucke die noch an. Ich würde ja nur liegen, weil dann die Klappe dann aufgehen würde. Nee, ich hing da noch gar nicht am Haken. Denkst du, ich hing da nicht? Der kommt gerade zu dir. Pass auf. Aber die Typen würde mich auch kämpfen. Ja, ich glaube, die hatte ich gesehen. Nee, doch nicht. Nee, der hat die nicht gesehen. Kommt wieder zurück. Ist weg. Kommt wieder. Nicht mal erholt hast du dich, du Lappenmäe. Ah, jetzt guckt sie hoch. Ja, genau. Alles klar. Och, ja, alles klar. Und zack. Alles klar. Wird erstmal reportet. Kämpfer. Der Klaver 360 Grad Drehung. Ja, strümpel weiter. Was gefällt der Maul in der Mürte? Ope. Na, jetzt kommt sie zu dir und sagt Hallo. Hallo. Oh, der schaffst du noch. Aus dem Killergriff entkommen. 500 Punkte. Oh, da kommt sie angespicht. Die wusste, dass ich da rumlaufe. Oh, ich werde spannend. Nee, ich habe mich nicht. So, jetzt wird das mal... Das war eine gute Runde. Hat mir gefallen. 3.500 Punkte. Ja. Geil. Na schön. Das sieht man auch. Ist so ein dreckiger... Bip. Ich wollte schon sagen. Gottisch Kackai. Zack. So, und damit bin ich Stufe 32. Ja. So, was gibt es denn hier? Niemand wird zurückgelassen. 3. Und gerissenes Fleisch 1. Knöschel. So, dann auf zur letzten Runde. Überlebe mit Freunden. Ich habe Freunde. Was war das? Willst du wieder schlabbern? Ja. Mann. Was hat deine Freundin dazu? Ich akzeptiere das. Ach so. Alles klar. So, dadurch, dass Dungstar noch nicht drin ist, wird hart geflamed. Hey. Du, du, Trinkgesohn einer Mutter, ey. Richtig edel. Klaver, das kannte ich noch nicht. Ich bin begeistert von dir. Ich bin begeistert. Klaver, du, Trinkgesohn, bitte die Einladung annehmen. Bitte die Einladung annehmen. Alter, diese Aussage. Der hatte Bowtime, deshalb kämpf ich. Was? Ja. Geil, ne? Ein Bowtime-Campter? Ja, habe ich auch in der Begründung vom Report reingeschrieben. Ja, GG. Behauptet, weil man mit Bowtime spielt, dass das ein Campgrund wäre. Ach, nice. Ich meinte, damit er noch sorry sagt. Fick dich, sorry. Und ich habe gesagt, jeder auf YouTube kann nicht sehen, was du für ein kleines Stück Scheiße bist. Schön. Was für ein kleines Camper-Stück Scheiße du bist. Ich bin begeistert. Mhm. Oh. Ja. Von mir hat er sich genannt, Clodet, und dann irgendwelche polnischen Buchstaben. Bottisch Kaka. Bruso. Was? Bottisch Kaka. Aha. Ja, ich kann kein Polnisch. Nee, Bottisch Scheiße. Bottisch Kaka. Da habe ich diese Geldaufgabe einmal umsonst eingesetzt. Schön, ich bin begeistert. Ähm. Äh, ich tue schon die Windung mit. Ach komm, machen wir mal so eins hier rein. Nimm rein. Jetzt fehlt nur noch Dead wieder. Ist der der Erste, der stirbt? Ah, was kann denn niemand wird zurückleisten? Drei. Äh. Er hat 100% mehr Blutpunkte für Aktionen der Selbstlosigkeitskategorie. Aha. Ja gut, das ist aber auch nur cool, wenn die Ausgangsdorfen sind. Also eher, naja. Jappakt. Oh, ich war ja bereit. Der Kill hat bloß nicht. Das ist blöd, dass man jetzt den Killern nicht einsehen kann. Also ich sag jetzt mal zumindest vom, also vom Namen her. Oder kann man das hier irgendwie, ne? Nee. Haben die rausgemacht. Das finde ich scheiße. Dass man sich den Namen vorher mal angucken könnte. Was mir mal so einfällt, ne? Äh. Der hat Pirscher und beschwert sich über Power-Time. Ja, super. Pirscher countert Power-Time. Also insofern hat er nicht aufgehoben wird durch Heilung oder so weißt du. Äh. Aber das ist echt armselig. Das ist wie mit, äh, eisener Wille und, äh, Stridor, wenn man verletzt ist. Ja, also das ist für mich, ja, für mich ist irgendwie immer noch, wenn Nurse gespielt wird, ist für mich irgendwie, ähm, eiserner Griffen-Tabu. Warum? Die muss auch, die muss auch laufen wie andere Killer. Mag ja sein, aber trotzdem. Die hat auch nicht mehr Hartwürde oder so was. Ich sage mal, ja, ich sage aber mal, oh, der tut hier schon sabotierender Typ. Entschuldigung. Ähm, ja, ich sage mal, für eine Nurse finde ich jetzt Erregung geiler. Warum? Oh Gott, Michael, Michael, Michael. Theoretisch kann jeder Killer Erregung spielen unter eisener Griff, aber ich finde eisener Griff persönlich besser, weil du wackelt schon extrem hin und her, wenn du anders. Ja, klar, aber als Nurse, guck mal, wie du dich extrem teleportieren kannst, sage ich mal. Ja, aber beim Tragen noch nicht. Ne, und? Dann liegt sie auf dem Boden, beziehungsweise haut ab und gehst du dir hinterher, knüppelst du weg und dann bist du trotzdem wieder am nächsten Haken näher dran. Ja, und? Haben andere Killer doch auch, oder? Wer? Andere Killer, ja, wenn du wieder wegrennst und dann niedergeknüppelt bist, haben die trotzdem den nächsten Haken. Oh Gott, wir müssen das tot empfinden. Ja, warte. Tot um das Rui... Nice. Also, ich hole jetzt erstmal hier ab, ey. Klava passt, Klava kommt weg da. Der wird hier... gleich rankommen. Dummer Kacklappen, Michael, ey. Hoffentlich war das... Oh, der, der, ja, den... Japat. Können wir auch wieder da hingehen. Den Japat. Hört sich an wie aus einer Star Wars Figur irgendwie. Mit Japat, ey. Japat. Oder von Jar Jar Binks. Oh, schwächste, da heißt du. Denkst du, das ist doch Jar Jar Binks. Was? Ein Furby, Alter. Ja, mit der Frisur auf jeden Fall. Ey, übrigens habe ich eine Frisur. Und? Ich brauche keine. Da zahlen sie alle. Und dann sind sie schwanger. Hä? Zack. So, dadurch, dass ich jetzt noch kein Vorwarnungspack mit der habe, habe ich mir den kalten Rückenschauer gegönnt. Teil 2. Mhm. Ist schon richtig gut so. Vor allem, ich finde, hier hat der kalte Rückenschauer einen kleinen Vorteil. Der aktiviert sich jedes Mal, wenn er in deine Richtung, sage ich jetzt erstmal, guckt. Vorwarnungspack hat ja mehr oder weniger eine Abkunftzeit. Ja, aber du kannst irgendwie einschätzen, auf welcher Richtung der Killer kommt, beim Kalten Schauer nicht. Wo sind die? Ach, gute Güte da drin. Da weißt du nur, dass der in deine Richtung guckt. Der kann ja links, rechts, vorne, hinten, oder über dir sein. Und war das schwierig, ey. Also, okay, Kisteklauver. Geil! Ich könnte jetzt mal los, ey. Ding! Geist kommt, ey. Was ist der denn? Der ist hier oben auf der Hügel. Alles klar, der ist freigeügelt. Macht der einen Dauntping? Die Glocke von der Tanke. Was macht der Dauntping? Das geht automatisch, Mann. Oha. Vielleicht ist der Geist auch in der Nähe, man weiß es nicht. Trottel. Natürlich hat er mich gesehen. Laber doch keinen Dünnschiss. Ja, besser als wenn er mich sieht, der dich gerade tot in mir mache. Ach, komm ran. Und zu laufen, mit deinem Scheißmesser? Alter, als ob der mich einholt, das Laber doch keinen Bullshit. Der ist schneller im Diabolik 3. Weg hier. Geh, du, weg, ey. Ja! Ich komm nicht mal... Alter, was ist denn das für ein Abstandsmeter, den der gerade hatte. Der Messer, ne? Ist immer krass. Hat er geworfen, ey. Nur gesehen. Komm, heb mir auf. Na, Schnur dran hatte der, ey. Ey, ist meine Idee. Alter, weh, du bist jetzt nicht erholt, klar. Oh, Gott. Ich gerade weg. Ja, er hofft zu kriechen, erholt dich lieber. Er sucht mich. Du wärst nicht weggekrochen. Ja, der hat 100 Kroposchard, ja. Der hat 100 Kroposchard, ja. Ja, hättest du dich erholt, hätte ich dir Schlange helfen können. Hätte ich mich vielleicht länger entdeckt gehabt. Komm, 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 hol mich da. Oh, das ist ein Panzergebnick angelegt. Ich bin auf sie stehen. Kann ich da dich? Nee. Irgendwie nicht. Klauer ist er in der Nähe? Ist er bei dir in der Nähe? Nein, der ist beim Denks oder an der Tankstelle. Alles klar, aber wir holen dich gleich. Komm, der wieder zurück. Ich glaub, der hat sein Messer geupgradiert, die hat er in die Taschenlampe dran, ey. Fuck, fuck, der hat da eine Taschenlampe. Das ist ein Strick, sondern jetzt noch mal eine Taschenlampe, ey. Weil es nicht so, dass ich bestimmt einen Schalldämpfer wegdenkomme und ein Geräusch zu machen. Geil. Ach, holz schon, okay. Meinig, das ist ja, die hat er mit dran. Achtung! Oh, ja. Heck hier. Nein. Wiesenklampe, Gott, Gott, ey. Du willst ein bisschen Punkten haben, ey. Bei Logo. Was denkst du denn? Die Anzeige ist raus. Na? Ich hasse das, dass das so lange dauert, so oft geploppt. Man sieht nicht, wo der Killer ist. Ja, ne? Der ist bei mir, auf der rechten Seite. Oh, fick dich, du Hund. Ja, danke, die Zeit. Ja, komm, klappe erst mal weg. Selber heilen, in Not. Ach, ne, du hast auch einen Arztkörper. Geil, los. Hat mich. Ja. Oh, lol. Ja, der hat irgendwas, was die Diabolik sehr, sehr schnell auflädt. Nö, eigentlich nicht. Ich frag mich nur, wie der Diabolik aufladen konnte, als ich hinterm Generator saß. Der konnte mich da gar nicht sehen. Und, Kindblick. Reicht ja schon, wenn der Maske. Das reicht schon, wenn bloß ein Arm gesehen wird. Nö, ich... Der konnte aber gar nichts sehen. Ey, der hat Prestige 1, Alter. Na, das... Können wir mal machen, ey. Arschloch. Kannst du mir sagen, wo der ist? Ja, bei mir. Schön. Ne, der läuft da vorne, der läuft hier rum. Ah, ich hab ihn gesehen. Ja, camp mehr, camp mehr. Wollte ich jetzt auch Campingkocher rausreißen. Das soll jeder der gleiche sein. Der kennt, ja. Ja, der läuft nur in der Gegend rum. Ja, ich kann auch noch nichts machen. Warte, ob das der gleiche ist, ey. Hörst du jetzt mal weg? Scheiß auf, alles weg hier. Lauf, Forrest. Lauf! Geil, Dings, ey. Hör auf zu rennen, hör auf zu rennen, hör auf zu rennen. Ich bin hier hinter dem Hügel links. Der Stein hat... Man hat's gehört. Schöne, ne? Wie so ein Weltmeister, wenn ich den Sturz ins mache, ey. Hobby, ey. Mein Dirty Hobby. Dirty Hobby. Alter, da wissen wir, wo du unterwegs bist. Alter, Product Placement oder was? Für die Internetseite, ey. Internetseite, die so heißt? Ja, klar, aber red dich nicht raus, wir wissen Bescheid. Weiß von nichts. Ja, ja. Nur mal irgendwo aufgeschnappt, wo ich wusste nicht, dass es da vorne eine Internetseite gibt. Du kannst viel erzählen. Du täuscht uns nicht. Du bist bestimmt da so ein Hardcore-Amateur. Alter. Was? Entschuldigung, dann wurde erklärt, warum der nur Brötchen schmieren geht nebenbei, ey. Du bist da von der Steuerabsitzung, kannst du hier? Boah, kannst du dir ein Klauern, Lack und Leder vorstellen? Nein. Kriegst du Gänsehaut. Ah, du Kacklappen. Hat er dich schon wieder? Nö. Oh Gott, sag mal. Ach, da hinten ist er beim Bus. Einfach hier in der Mülltonne verstecken. Mülltonne. Ja, wie bei Outlast 2. Ach, jetzt hat er den anderen. E-Lol. Ob denn da rum, ey? Geil, der wechseln. Und der Jabbard kommt in unsere Richtung bestimmt. Ja, der wäre fast nur in unsere Richtung gekommen. Hat der schon mal gehangen? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube schon. Ich würde sagen, der ist mit einem gekommen und hat dich dann geholt, Klauver. Mhm. Du hast ihn noch ein letztes Mal mitbekommen. Der kommt zu uns in einer... Oh Gott! Klauver. Der Latsch gegen die Rater. Der hat mich doch noch aufgeschlitzt. Der kommt zurück. Ja. Keine Ahnung. Uh, der hat in den Spind geguckt. Ich war nicht drin. Alles klar, der hat ihn wiedergefunden. Ich will sich glücklich werden, der Jabbard. Was ist mit dir? Ich denke, jetzt erschrecke ich mich über was. Wenn der kommt, zieh einfach durch, Klauver. Zieh einfach durch. Okay. Jetzt weg hier. Der kommt nicht zu euch. Der geht wieder zurück. Da ist die Generatoren jetzt viel Locker sind irgendwie. Was? Die Generatoren jetzt viel Locker sind. Das kannst du mit dem Techniker-Perk von der Chinese, kannst du das um 4 Meter verringern auf Stufe 1. Ich darf auch einen Lack. Ja! Ich hab so'n Pech. Hahaha, war das knapp. Ach, jetzt geht der wieder zu dem Generator. Der ist doch... Der ist schon fast fertig, Mensch. Warte, der hat mich nicht gesehen, der Hund. Boah. Steht wie auf dem Hügel. Ähm, du siehst ihn. Der ist saftnackig, ey. Der hat gerade gestalkt. Kann er gar nicht mit Diabolik 3. Doch, doch, kannst du. Kannst stalken. Kannst du die Augen, glaube ich, sehen. Echt? Ja. Ich kann nicht. Der kommt in meine Richtung, warum? Weil der hat gesehen. Ich weiß nicht, dass du dann wieder im Generator bist. Nee, ich war hinter der Kette. Scheiße. Och, nice. Meiner ist zu 75% fertig. Nö, ne schon wieder. Leck mich noch mal, Schild. Da hat mich... Ne, mein Gott, mein Gott, mich nicht. Ich geh... Ich geh... Ne, mein Gott, mich nicht. Ich geh... Ich geh mit dazu, Tankstelle. Mach das auf Klauver. Bin... ich bin genau ist hier in der regnaten kommt in meine richtung ja lasse ich das mal das wenn die türen entriegelt sind ja tschüss ist bei mir hier ist bei dir okay ich konnte auch mal in die andere richtung so lange überlebt aber nicht wechseln scheiße hier stimmt schaffe ich es noch jetzt auch natürlich ist gleich ein haken der kommt der zu einer pro wieder zu dir das war voll gesagt ich bin runtergekommen wie geht das denn was noch messer der hätte mich niemals so ziehen können das war voll du bist ja sogar runter gekommen übrigens nicht der von vorhin ja hau mich komm hau mich kämpft er guckt hier rechts und spinnt geht nach hinten weg geht nach vorne kommt wieder zurück dann kämpft den anderen schrank das motor aufmachen ja noch ein bisschen kämpfen face gaming ich bin weiß ich habe keine augen ich bin es gelöst ich bin scheiße finde ich mein mein schatter um lieber nur durch die maske geschieht das sieht für mich aus wie dumm stück scheiße die maske von am campen natürlich face gegen davor ja ist klar bei der dem ganz schön lang hals sehen weil sie nicht normal das gefällt mir am ende war der du mich weiter so ein hässlicher buffalo bürger schnitt so ich würde sagen wir bänden jetzt hier die aufnahme ich möchte nämlich noch ein bisschen flamen und wir sehen uns demnächst wieder haut rein tschau tschüss so